Wer in der Welt des Transportes zu Hause ist, muss dafür sorgen, dass die vorhandenen Versicherungsdeckungen stets im Einklang mit den vielfältigen vertraglichen und gesetzlichen Haftungsbestimmungen stehen. Dafür benötigt man einen leistungsstarken Dienstleister, der die individuellen Bedürfnisse der Kunden erkennt und mit innovativen Produkten optimale Versicherungslösungen anbietet. Und das europaweit. Die ASCO Group hat sich auf Versicherungsprodukte für die branchentypischen Risiken des Transport- und Logistikwesens spezialisiert. Wir bieten dem Kunden nicht nur eine komplette Produktpalette an Versicherungslösungen, sondern vor allem eine Vielzahl von individualisierten Speziallösungen bis hin zu Alleinstellungsprodukten. Darüber hinaus erhält der Kunde einen Vollservice aus einer Hand. Risikoanalyse, fortwährende Kontrolle und Betreuung gehören dabei ebenso dazu wie Schadenabwicklung, Schadenanalyse und Schadenprävention sowie natürlich Rechnungslegung und Vertragsdokumentation. Was uns von anderen Anbietern unterscheidet, ist unsere hohe Innovationskraft. Verbunden mit unserer Flexibilität, unsere sehr schnelle Reaktionszeit und natürlich unser familiäres Betriebsklima. Servus miteinander! Diesen an uns selbst gestellten hohen Anspruch erreichen wir durch unser hochqualifiziertes und engagiertes Personal in Verbindung mit unserer betriebsinternen Ausbildungsakademie sowie unserer ehrlichen, direkten und vertrauensvollen Beziehung zu den Kunden. Mit über 60 Mitarbeitern an zwölf Standorten in Europa sind wir dort präsent, wo uns unser Kunde braucht. Unsere Mitarbeiter kümmern sich in 13 Sprachen um reibungslose, grenzüberschreitende und lösungsorientierte Kommunikation. Wir sehen es als unsere Verpflichtung an, Maßstäbe am Markt zu setzen und generell Lösungen für den Bedarf des Kunden zu bieten. Mit der Sicherheit stets richtig und vollumfassend versichert zu sein, können sich unsere Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.